Hoi, mein Name ist Elia und ich mache die Ausbildung zum Fachmann Betriebsunterhalt bei der IGP Power Door Coatings. In meiner Ausbildung lerne ich ein weiteres Spektrum, eine handwerkliche Arbeit zu beherrschen. Aber am besten zeige ich sie gerade selber. Komm doch mit! Eine wichtige Arbeit bei der Grünpflege ist die Rasenmaie. Du arbeitest gerne draußen in der frischen Luft und kannst gerne ein normales Schwitzen, denn ist auch dein Job. Schuersaugen ist eine wichtige und effiziente Art, den Boden zu reinigen. Für das Schuersaugen ist ein logisches und systematisches Denkvermögen erforderlich, um effizient reinigen zu können. Wir lernen die Hände untereinander sehr gut. Wir sind uns häufig in der Pause oder auch zum Semmel lernen. Für uns im Alltag ist nicht alles planbar. Oftmals kommt etwas unerwartet, sodass wir unseren Tagesablauf ändern müssen. Es kann gut sein, dass man etwas kaputt geht und wir das dann reparieren müssen. Die Grundstück unserer Prüfung ist es, unsere Arbeit so zu planen, dass wir alles unter einen Hut kriegen. Ich liebe meinen Prüf, dass er so spannend, abwechslungsreich und vielseitig ist. Zusammen in einem coolen Team meistert mir jede Herausforderung und haltet IGP Power Door Coatings auf Vordermann. Hat dich das Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt.